Hallo und herzlich willkommen zum Thema Next-Gen-Design in Xcentral. In diesem Video schauen wir uns ganz kurz an, was sich denn zum alten Design geändert hat und wo du bestimmte Elemente jetzt neu findest. Starten wir gleich mit einem letzten kurzen Blick auf unser klassisches Design zum Vergleich. Und hier das neue Next-Gen-Design. Wie du siehst, haben wir die Seitenleiste heller gestaltet und etwas aufgeräumt, um sie übersichtlicher zu machen. Die Menüstruktur haben wir ebenfalls überarbeitet, mit der Option, sie ganz nach deinem Vorlieben anzupassen. Dazu mehr Infos in einem zusätzlichen Video. Weiterhin kannst du die Seitenleiste einklappen, um mehr im Hauptbereich daneben anzeigen zu können. Die Suche wurde auch komplett überarbeitet und nennt sich jetzt Smart Search, da sie um einiges intelligenter wurde. Du kannst jetzt noch schneller genau das, was du brauchst, finden mit dem Einsatz von bestimmten Filtern. Auch dazu mehr in einem eigenen Video. In der Leiste oben siehst du noch deine Versionsnummer und daneben die neuen allgemeinen Einstellungen, die wir später ebenfalls nochmal separat unter die Lupe nehmen werden. Hinter dem Fragezeichen verbergen sich unsere Hilfe-Ressourcen, die du hier jederzeit in Anspruch nehmen kannst, wie zum Beispiel das Help Center oder eben unsere Academy. Als letztes in der Leiste kannst du noch ein Menü öffnen, mit dem du zum App Store gelangst, dein Abo und deine Lizenz einsehen, Systemmeldungen prüfen, Kontoeinstellungen wie die Systemsprache ändern und dich aus dem System auslocken kannst. Die Startseite an sich hat sich ebenfalls verändert. Wenn du ein Administrator bist, siehst du am Anfang ein Dashboard mit Unternehmenszahlen des aktuellen und letzten Monats. Darunter erhältst du bestimmte Empfehlungen, falls du noch offene Aufträge für heute hast oder zum Beispiel Artikel mit geringem Lagebestand auffüllen solltest. Daneben kannst du Favoriten anlegen, die du dann mit einem Klick aufrufen kannst. Weiter unten hast du nochmal alle Module aus dem Menü der Seitenleiste übersichtlich aufgelistet. Das heißt, hier kannst du ebenfalls zum gewünschten Bereich in Xcentral navigieren. Zusätzlich zu den sichtbaren Änderungen auf der Startseite haben wir im Next-Gen-Design noch viele Formulare optimiert und bestimmte Seiten hier und da verbessert. Zudem stehen dir durch den Wechsel auf das Next-Gen-Design neue Module zur Verfügung, die nicht im klassischen Design verfügbar waren, wie zum Beispiel neue Berichtsmodule, der neue Druckerspooler oder auch die neue E-Mail-Anbindung. Wir hoffen also, dass es dir gefällt und wünschen dir weiterhin viel Spaß mit Xcentral. Bis zum nächsten Video.